Essen vereint Menschen. Das dachten sich wohl auch die Veranstalter des Koscher Food Festivals in Berlin. Hunderte besuchten am Sonntag die nicht nur kulinarische Veranstaltung, die von der jüdischen Gemeinde Chabad organisiert wurde. Die Idee, mit positivem Geist auf die aktuelle Situation in Israel reagieren und alle Berlinerinnen und Berliner einzuladen, jüdisches Leben kennenzulernen. So kamen die Hauptstädter gleich welcher Religion und probierten koschere Falafel oder Fleischwraps, Brot und Wein. Mehr noch, viele Besucher backten gemeinsam ein traditionelles Chala-Brot.